Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Bundeskanzlerin, ich stimme Ihnen bei der schärfsten Verurteilung der erlebten Terroranschläge in vollem Umfang zu. Ich begrüße auch die gemeinsame Verurteilung durch den Bundestag, halte diese allerdings auch für selbstverständlich. Diese Attentate sind ein Angriff auf die Demokratie, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, auf das Recht auf Leben. Es ist völlig legitim, Satire mal als geschmacklos einzuschätzen. Aber Satire darf alles, sonst kann sie ihren Charakter nicht austragen. Für mich war ein großes Erlebnis die Mahnwache am Brandenburger Tor. Auf Einladung der muslimischen Verbände die gemeinsame Verurteilung der terroristischen Akte durch Christinnen und Christen, Muslimer und Muslime, Jüden und Juden, Atheistinnen und Atheisten, kurz durch die gesamte Gesellschaft, das war ein wichtiger Akt. Wir müssen nun allerdings den Missbrauch der Terroranschläge durch die Anführer der Pegida-Bewegung verhindern. Ein demokratisches, tolerantes, weltoffenes Zusammenleben mit friedlichen Bürgerinnen und Bürgern, auch mit anderer Kultur und anderen Religionen muss gefördert werden. Die große Mehrheit der Menschen ging für diese Ziele auf die Straße. Pegida spricht für eine Minderheit, nicht für das Volk. Die große Mehrheit denkt und handelt völlig anders. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Pegida geschlossen verurteilen. Und niemand sollte versuchen, zum halben parlamentarischen Arm dieser Bewegung zu werden. Es existieren abstrakte Ängste gegen das Fremde. Mitläufer, die keine Nazis sind, müssen wir für die Gesellschaft zurückgewinnen. Das wird schwer genug. Aber wir brauchen eine gemeinsame Aufklärungskampagne durch ein Aufklärungsbündnis aller Parteien im Bundestag, aller kirchlichen Konfessionen, aller Gewerkschaften, mit der Kunst, mit der Kultur, mit dem Sport und mit den Wissenschaften. Aber die Hauptverantwortung liegt bei der Politik. Und ich sage es hier so offen, beim Abbau von Ängsten haben wir alle versagt. Wir sollten auch selbstkritisch über uns diesbezüglich nachdenken. Menschen in Not brauchen Hilfe. Staat und Gesellschaft sind verpflichtet, ihnen zu helfen. Das gilt nicht nur für durch Krieg und Bevölkerung traumatisierte Flüchtlinge, sondern auch für alle Bürgerinnen und Bürger, die in große Not geraten sind. Und deshalb müssen wir allen Ehrenamtlichen, wie Sie es getan haben, Frau Bundeskanzlerin, allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern danken, die so viel Zeit damit zubringen, auch Flüchtlinge und anderen zu helfen. Aber ich füge Ihnen zu, die Demonstrantinnen und Demonstranten von Begida würden, wenn Sie in gleicher Situation wären wie die Flüchtlinge, ebenso Hilfe verlangen und erwarten und wahrscheinlich auch bekommen. Und der Ruf der Union nach stärkeren Geheimdiensten, schärferen Gesetzen, Vorratsdatenspeicherung, auch was Sie, Frau Bundeskanzlerin, dazu gesagt haben, löst die Probleme nicht. Im Gegenteil. Dieser Versuch wurde jedes Mal unternommen und blieb wirkungslos. In Frankreich gibt es eine umfassende Erfassung von Vorratsdaten, eine sehr enge Zusammenarbeit von Geheimdiensten und Polizei. Das schreckliche Attentat konnte so nicht verhindert werden. Im Gegenteil, umfassende Bürgerrechte und eine stärkere Demokratie sind wichtige Voraussetzungen im Kampf gegen den Terrorismus. Der Terrorismus, für den der Islam missbraucht wird, hat Ursachen. Al-Qaida und islamischer Staat waren auch die Folge und Produkte von Militärinterventionen. Al-Qaida entstand im Krieg in Afghanistan während der Besatzung durch die Sowjetunion. Damals rüsteten die USA die Taliban und diese Terrorgruppe auf im Kampf gegen die Sowjetunion nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Nach dieser Logik wurde auch im Bürgerkrieg in Syrien verfahren. Die USA, Saudi-Arabien, Katar und andere Golfstaaten unterstützten Terrororganisationen im Kampf gegen Assad. Der islamische Staat entstand. Erst spät, viel zu spät, wurde diese offene Unterstützung eingestellt. Der Irakkrieg von 2003 war völkerrechtswidrig und ein großer Fehler mit verheerenden Folgen. Wenn wir die Ursachen und Bedingungen von Terrorismus wirksam bekämpfen wollen, dann heißt das für uns, wir müssen weltweit für die Achtung des Rechts auf Leben eintreten. Und das wiederum verlangt zu begreifen. Erstens, die Strategien von NATO und den USA, Regimewechsel und ökonomische Interessen von außen durch Krieg herbeizuführen, sind nicht nur gescheitert. Im Krieg wird Leben vernichtet. Dadurch entsteht eine Verachtung des Rechts auf Leben. Und diese Verachtung ist eine Bedingung des Terrorismus. Im Krieg entsteht mehr und neuer Hass, der zur Verachtung von Leben auch zur Bereitschaft zu Terrorismus führen kann. Wenn als Kollateralschaden eine Hochzeitsgesellschaft in Afghanistan getötet wird, was glauben Sie denn von Union, SPD und Grünen? Entsteht ein Umfeld? Freundschaft, Dankbarkeit oder Hass? Man kann anderen Gesellschaften auch nicht eine andere Kultur aufzwingen. Der Afghanistan-Krieg sollte Al-Qaida zerstören. Sie ist aber nur umgezogen nach Pakistan und hat dort gerade über 100 Kinder getötet. Not und Elend in Afghanistan haben sich vergrößert. Sie alle wissen, dass Ihre Entscheidung für den Afghanistan-Krieg falsch war, haben aber nicht den Mut, das einzuräumen und die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Ohne die genannte falsche Aufrüstung in Syrien, ohne den falschen Irakkrieg, gäbe es den islamischen Staat nicht. Zumindest nicht so, wie er heute existiert. Die Staaten in Libyen, Irak, Sudan und Somalia sind zerstört. Wer Terrorismus überwinden will, muss Kriege stoppen. Deutschland darf sich nie wieder an Kriegen beteiligen und wie beim Jugoslawien-Krieg auch noch das Völkerrecht über Bord werfen. Zweitens. Die deutschen Waffenexporte müssen doch zumindest unverzüglich an Diktaturen und den Kriegs- und Krisengebieten gestoppt werden, auch und gerade an das Auspeitschen der Saudi-Arabien. Drittens. Terrorismus nutzt auch Hunger, Armut, Elend und Bildungsnotstand oder die Angst der Menschen, in Hunger, Armut, Elend und Bildungsnotstand abzustürzen, aus. Der Kampf gegen Hunger, Armut, Elend und Bildungsnotstand ist also nicht nur aus humanistischen Gründen, nicht nur wegen der sozialen Gerechtigkeit erforderlich, sondern auch, um begünstigende Bedingungen für den Terrorismus zu überwinden, um Achtung für Menschenleben zu erhöhen. Jedes Jahr sterben auf der Erde 70 Millionen Menschen und davon 18 Millionen an Hunger oder den Folgen von Hunger, obwohl wir Nahrungsmittel besitzen, weltweit, die die Menschheit zweimal ernähren könnte. Wir können die Fragen der Hungernden nicht beantworten. Wir müssen den Hunger endlich überwinden. Und es entsteht immer mehr Reichtum in immer weniger Händen, während sich andererseits die Armut weltweit verbreitet, auch in Europa, auch in Deutschland. Wir brauchen eine andere Entwicklungspolitik für die Krisenregionen, die Not und Elend überwindet, die Entwicklung ermöglicht. Nicht die Interessen der eigenen Konzerne dürfen der Maßstab sein. Das ist übrigens auch die beste Friedenspolitik und die beste Politik zur Bekämpfung von Ursachen von Flucht. Viertens. Auch die Menschheitsfragen wie die Nachhaltigkeit in der Ökologie, die Verhinderung einer Klimakatastrophe müssen endlich gelöst werden. Wenn gerade große Staaten bei ihnen ökonomische Interessen den Vorrang haben, dann bringt das eine Verachtung zum Recht auf Leben zum Ausdruck. Wir brauchen also, wenn wir Terrorismus wirksam bekämpfen wollen und auch aus vielen anderen Gründen, gerade auch in den USA, im gesamten Westen und auch hier in Deutschland, eine Wende in der Politik. Lassen Sie uns die Situation ernst nehmen und gemeinsam über Konsequenzen beraten. Zu einer Kurzintervention erteile ich der Kollegin Kotting-Uhl das Wort.